Da traf er eine blonde Frau, die wollte mit ihm gehen. Ihr Vater, ihr Vater war so weit, sein Vater war so blöd. Du kriegst das Weide auf gar keinen Fall, verschwinde oder verrückte. Du hörst die Historie und was von diesem Ried. Das waren Zweite, die Kinder, das sie hatten, einander so lieb. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Mh, Advent. Hm, hätte ich doch meinen Aufnahmegerät nicht gegeben. Aber jetzt... Was möchtest du haben? Ich nehme erstmal einen Kaffee und eine Waffe. Wollen wir? Mit dir alkoholfreies Bier? Mit rechts bleiben. Rot oder Reis? Bitte? Reis. Habt ihr Beine in der Karte stehen? Was ist denn für ein Wein? Welchen Wein... Was ist denn für den? Welchen Wein... Kannst du empfehlen? Also ich trinke das... Gern im Mono-Oceane und Brote. Habt ihr keinen Alkohol-Wein? Was haben wir für Wein? Lerde? Nee, kann man nicht. Kannst, äh, relativ weit hinten? Relativ weit hinten, ja. Hier in Spürtosen? Nee. Genau. Pinot, Chardonnay und Fritzantini. Was ist denn? Den nimmt Chardonnay. Und Alkohol-freies Bier, aber kein Kaffee. Alkohol-freies Bier. Wir nehmen Bier und... Die trinken auch frei. Auch die gleichen? Fritzantini oder Fritzantini? Nee, der gleiche. Ja, ich glaube das ist der beste hier. Also zwei... Fritzantini. Haben wir. Die trinken. Die trinken. Das ist eine Foto. Das ist eine Foto. Das ist eine Foto. Ja, wir machen. Das ist so. So. Ohhhh. Bellissima. Danke. Das ist so. Das ist so. Das ist so. entscheidend. Ja, komm wir gerne. Ja, es ist so. Ja, es ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Meine Frau heißt Evelyn. Wie was? Gibt sie mich oder mehr mein Kokain? Okay. Ohhhh. Ride my brain. Liebster sagt sie, was ist das? Schmeckt wie Scheiße und wirkt wie Asi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ende, Ende, Donald, Ende, pass auf, du fällst den Gully.